jo mahlzeit und herzlich willkommen hier auf der map wir wollen heute mal ein bisschen auf entenjagd gehen was ist geladen habe hier die doppelläufige flinte dabei und ja gucken wir mal was so geht so ich bin schon mal angekommen mein zelt hier ist gerade eine ente gehört ja guck mal meine flinte rausholen sieg und was kinder war wieder gut erinnern es mann jetzt die sich um meiner trappen da kommen die ersten enden ich hoffe dass ich hier runtergekalt kriege ja die kommen da sind jetzt wie runtergefallen wunderbar naja das ging ja schon mal schnell also zwei enten haben wir muss die erde muss mal bringen eine bringt ja schon mal das ist sehr gut zwei haben wir geschossen wird wenig so wunderbar verkaufen war für die wir haben zweimal wenn es mir gefallen das war mal kommt was mit oder hat das ist schon mal alle bieten das wäre ein paar wir haben das spieler oder von bini eigentlich wenn der das nicht will ist, ich will das auch nicht mir war so als wenn zwei runtergefallen sind ich kann hier noch mal gucken sieht nicht so aus ok aber sicher sicher einmal gucken als die einmal zu wenig da hinten leuchtet was, das muss noch die andere ämter sein na klar da da, ich habe das fehlen geschossen da siehst du so, gut, also haben wir jetzt wieder in der unterricht ich habe doch da hinten hingeschossen naja, gut, ok ja, da kommen die nächsten aber ja, die kommen runter warte so weit weg wo sind die hände Hä? Das ist auch nicht schlecht. Hm. Hat er jetzt die Ente gefressen oder was du aus hier? Erpel frisst die Ente, ey. Es gibt sogar nicht. Äh, ich hätte doch mal die Ente packen sollen. Ja, das geht so hoch. Nicht schlecht, naja. Das muss doch hier sein, da gibt es auch nicht. Hm. Normalerweise kann man sagen, wuchst du hast die ganze Stuhl, aber diesmal ist Erpel, du hast die Ente. Hm. 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 Nee. Okay. Ist hier drin? Nö. Hm. Na gut. Dann ist die Ente halt weg. Ja, das war's wieder mal von der Entenjagd. Woher sehr spannend war ich mal. Ähm. Ähm. Ja. Ich würd sagen, das nächste Mal sehen wir uns bei der Gänsejagd. Oder? Ah, was wird sich. Ich lass mich überraschen, das nächste Mal das Tower rauszugehen. Ja. So. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch überraschen. Tschüss. Tschüss.